Hi und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute gibt es mal wieder ein kreatives Video. Und zwar habe ich mir zwei Bilder bei Pinterest rausgesucht und die werde ich mir heute nachmalen. Ich weiß, es haben schon viele YouTuber, die in die Richtung Kreativität gehen, das schon gemacht. Aber ich finde diese Videoidee mega cool und ich würde sagen, bevor wir mit diesem Video anfangen, lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal auch sehr gerne kostenlos und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Das würde mich mega freuen. Checkt auf jeden Fall auch sehr gerne meine Social Media Seiten, Instagram und TikTok aus. Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit Bild Nummer 1. So Leute, das ist das erste Bild und zwar werde ich mich an der Line Art ausprobieren. Ich habe da bei Pinterest einfach diese Line Art so übernommen. Die seht ihr jetzt auch schon leicht vorskizziert, aber ich habe das Bild ein bisschen an sich abgewandelt. Und zwar habe ich noch zusätzlich nach Farbschämen bei Pinterest gesucht und habe dann zwei verschiedene Farbschämen mir rausgesucht und möchte damit so ein paar Akzente setzen. Ich blende euch hier mal diese zwei verschiedenen Varianten ein. Ich werde mich jetzt für eine Variante entscheiden. Mit den Farben werde ich dann auch arbeiten. Ich habe mich jetzt für diese Farbvariante entschieden. Ich werde jetzt als erstes mir Washi-Tape holen, den Rand ein bisschen abkleben und danach geht es auch schon direkt los. Ich fange jetzt zuerst an mit der dunkelsten Farbe, also mit diesem ganz dunklen Blau. Und ich finde, es muss nicht gerade sehr exakt sein. Trotzdem sollen halt einfach die Formen zu erkennen sein. Es kommt auf der Kamera trotzdem noch echt sehr dunkel rüber. So, weiter geht es mit der nächsten symmetrischen Form. So, jetzt machen wir weiter mit einem Kreis. So, jetzt misse ich dem Ganzen noch mehr Weiß unter. Und jetzt kommt ein Dreieck hier oben in die Ecke. Das mache ich im Übrigen gerade in meinem Sketchbook. So, jetzt geht es noch weiter mit der letzten Farbe. Ich werde das Ganze jetzt einmal trocknen lassen und danach fangen wir auch schon an, die Lineart nachzuzeichnen. So, Leute, jetzt werde ich die Lineart nachzeichnen. Das ist im Übrigen so eine Frau. Und ja, genau, wir fangen jetzt einfach mal an damit. So, jetzt werde ich die Linien noch ein bisschen dicker machen. Ja, das ist jetzt das fertige Bild. Ihr seht das Ganze jetzt nochmal im Overview und danach geht es auch schon weiter. So, als nächstes malen wir ein Aquarellbild. Das wird wie so eine Stadt. Und genau, das habe ich jetzt vor. Und ich würde sagen, wir fangen direkt einfach mal an. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Himmel an. So, auf geht es. Als erstes trage ich hier ein bisschen Wasser auf. Das werde ich auch nicht ordentlich auftragen. Ich tupfe das jetzt erstmal normal auf. Ich tue das jetzt erstmal auf. Und dann kommt direkt schon Rot rein. Ich nehme da ein bisschen dunkleres Rot. Ich nehme jetzt noch ein bisschen so Hellrot. Ich nehme da ein bisschen dunkleres Rot. Wenn ich öfters irgendwelche Bilder nachmalen soll, dann schreibt mir das sehr gerne mal in die Kommentare. So, ich werde jetzt noch ein bisschen nacharbeiten. Also noch ein bisschen so die Übergänge an den Übergängen fallen. Danach sehen wir uns dann direkt wieder. So, das Ganze ist jetzt getrocknet. Ich finde, das sieht gar nicht so schlimm aus. Also ich meine, jetzt kommen ja unten eh noch die Häuser hin. Dafür habe ich mich jetzt für ein ganz dunkles Grau entschieden, was schon in Richtung Schwarz geht. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt mal los. Dann nehme ich mir einfach ein bisschen Wasser und blende den Rand davon einfach ein bisschen aus. Genau. Ich mache das jetzt erstmal ein bisschen weiter, weil das würde jetzt, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Und dann melde ich mich einfach später wieder. So, das passt jetzt nicht ganz drauf, aber das ist jetzt soweit fertig. Ich werde jetzt mit einem weißen Gilstift hier oben noch solche kleinen Punkte reinmachen. Also als kleines Highlight. Das ist halt wie so eine verwaschene Stadt. So sieht das halt aus. Und genau, ich mache das jetzt fertig. Und dann sehen wir uns später wieder. So, das ist jetzt mein fertiges Bild. Ihr seht jetzt direkt ein Overview. So, das war es jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, teilt es mir, wie gesagt, sehr gerne mit einem fetten Daumen nach oben. Und schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, ob ich ein Teil 2 machen soll, wo ich vielleicht dann auch größere Bilder male oder so. Genau, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!